Deutsch lernen. Wie heißt du? Ich heiße Marc. Woher kommst du? Ich komme aus der Schweiz. Was bist du von Beruf? Ich bin Lehrer. Wo hast du studiert? Ich habe in Madrid studiert. Wo arbeitest du? Ich arbeite bei der Firma Meier. Wo arbeitest du? Ich arbeite in Zürich. Wo hast du früher gearbeitet? Ich habe bei Swisscom gearbeitet. Wo wohnst du? Ich wohne in Zürich. Wo hast du früher gewohnt? Ich habe in Madrid gewohnt. Ich spreche Spanisch und ein bisschen Deutsch. Was trinkst du gerne? Ich trinke gerne Wein. Was isst du nicht gerne? Ich esse nicht gerne Fleisch. Gehst du ins Kino? Ja, ich gehe ins Kino. Was machst du morgen? Ich werde nach Madrid reisen. Ok, amigos. Vamos a practicar alemán. Wim quindi? Wie bin ich? Wie sind sie? Wie bist du? Wie bist du? Ich heiße Marc. Wie bin ich? Ich heiße Marc. Wie bist du währenddessen? Wimchtest du谢ret? Woher kommst du? Wimchtest du? Wie bist du? Ich bin Schweizer. Ich bin Schweizer. Ich komme aus der Schweizer. ¿Qué profesion hast du? Was bist du von Beruf? Ich bin Schweizer. Ich bin Lehrer. Ich bin Lehrer. ¿Dónde has estudiado? Bojas tú estudiert. Bojas tú estudiert. He estudiado en Madrid. Ich habe in Madrid studiert. Ich habe in Madrid studiert. ¿Dónde trabajas? Bo arbeitest du? Bo arbeitest du? Trabajo en la firma Mayer. Ich arbeite bei der firma Mayer. Ich arbeite bei der firma Mayer. ¿Dónde trabajas? Bo arbeitest du? Bo arbeitest du? Trabajo en Zürich. Ich arbeite in Zürich. Ich arbeite in Zürich. ¿Dónde has trabajado antes? Dónde has trabajado antes. Ich habe bei Swisscom gearbeitet. Ich arbeite bei Swisscom gearbeitet. Ich arbeite bei Swisscom gearbeitet. Dónde has trabajado antes. Dónde has vivido antes. Bojas tú früher gebund. Bojas tú früher gebund. Ich habe in Madrid gebunden. Hablo Español und ein bisschen Alemán. Ich spreche Spanisch und ein bisschen Deutsch. Ich spreche Spanisch und ein bisschen Deutsch. Was trinkst du gerne? Ich trinkst du gerne. Ich trinke gerne Wein. Was ist du nicht gerne? Was ist du nicht gerne? No me gusta comer carne. Ich esse nicht gerne Flasch. Ich esse nicht gerne Flasch. Was ist du nicht gerne Flasch? Ja, ich gehe ins Kino. Ja, ich gehe ins Kino. Was machst du morgen? Was machst du morgen? Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. Ich gehe ins Kino. ok amigos, buenas, 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 buenas hasta la próxima